Die magische Weihnachtsfabrik Okay, okay, ich rate, wo wir Halt machen. Bei einem Museum? Äh, ein glitzerndes Museum? Oh, ich kann nicht nachdenken, wenn diese Glocken klingeln. Guck mal da, da ist eine Fabrik. Eine Weihnachtsfabrik. Hey, Quite Cutie, wir gehen zur Weihnachtsfabrik. Als nächstes halten wir da, wo du hin wolltest. Wow. Oh, seht euch das an. Das ist sowas von schön. Das Gebäude sieht aus wie ein riesiges Weihnachtsgeschenk. Der Wahnsinn! Wow. Bow on it, bow on it. Bow on it, bow on it. Look at the ribbons, look at the bows. Look for your name on a tag someone wrote. I love the rap, that's how I roll. Check out this glitter, cause I'm on the gift patrol. I just want you to know what this means to me, cause I love it all, all the things I see. Yeah, I could just say what it means to me, oh. But it's way more fun to put a bow on it, bow on it, bow on it. Put a bow on it, bow on it, bow on it Put a bow on it, bow on it, bow on it Put a bow on it, bow on it, bow on it Wow! Uh, meins! Uh, das will ich! Hey, das gehört mir! Snow Bunny? Was machst du denn hier? Na ja, ich hab hier das Sagen! Willkommen in der Weihnachtsfabrik! Darf ich euch an diesem magischen Ort etwas herumführen? Danke, das wär toll! Na dann los! So grab the paper and the sparkly stuff Gonna wrap it up, seal it with my love Confetti, aplenty, you better get ready when you open it up And it's so much fun! Ich liebe Teddybären! Wow, das sieht nach einem wichtigen Job aus! Ja, das kannst du laut sagen! Geschafft! Uh, ich will auch mal! Oh, ich hoffe, ich bekomme meinen Teddy! Vielleicht, wenn wir alles ordentlich eingepackt haben? Mal sehen, wie ihr euch anstellt! Aber müssen wir alles teilen? Oh, was? Sie ist weg! Okay, wir schaffen das! Nein! Das geht viel zu schnell! Los, schneller! Ah! Wir bekommen sicher keine Teddys! Wir haben alles falsch gemacht! Ich mag Teddybären wirklich gern! Nächster Raum! Wow! Wow! Schnellkuchen! Hey, ich will die Schneekugel auch mal halten! Ich hab sie zuerst gehabt! Die Pär! Oh! 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 Jetzt hast du's geschafft! Hm, vielleicht kann man sie ja wieder reparieren oder so? Also die in der Kiste hier sind nicht kaputt! Sie sind nur nicht zusammengebaut! Eine neue Aufgabe für uns? Sie ist schon wieder verschwunden! Wartet! Da ist ja noch nicht mal Schnee oder Wasser drin! Das hat wohl nicht geklappt! Alles nass! Das Wasser muss in den großen, runden Kugel teilen! Und immer nur eine! Ich versuch's nochmal! Ich mach das! Was hast du getan? Was soll das für mich? Schneekugeln hat doch mein Ding! Schon besser! Na, kommt schon! Alle an Bord! Oh! 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 Kekse! Die mag quite Cutie am liebsten! Sie liebt es sie zu backen und sie zu essen! Also! Nichts sagt Weihnachten wie ganz besondere Kekse! Und diese Kekse müssen gebacken werden! Hey! Wie wird sie wieder verschwinden? Naja, wir schaffen das! Die Förmchen müssen doch mitten auf den Teig! Und nicht an den Rand! Das ist nicht meine Schuld! Ich rolle nur! Du stehst aus! Du machst das schon wieder falsch! Ah! 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 Geh da runter! Ah! 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 Wo nicht die Stellen, über die wir gelaufen sind! Oh! Du machst das falsch! Die halbe Glasur ist auf dem Tisch! Ah! Oh Mann! Ah! Sie war's! Oh! Oh! Das war der Wahnsinn! Ja! Na dann, Zeit für eure Geschenke! Äh, wir bekommen Geschenke? Meinst du das wirklich ernst? Obwohl wir so viel vergeigt haben? Naja, eigentlich alles. An diesem Ort hier soll man lernen, was es heißt zu geben. Oh, verstehe. Äh, was? Was ich damit meine ist, dass es hier darum geht, an andere zu denken. Und geben bewirkt, dass es anderen und dir gut geht. Hey, das stimmt. Etwas zu geben kann Freude machen. Und zwar mindestens so viel, wie wenn man etwas bekommt. Hey, ja, es ist irgendwie schön, das so zu betrachten. Wow, danke. Das ist ja so nett. Vielleicht sind wir wirklich etwas zu egoistisch gewesen. Das ist für dich. Für mich? Das ist für dich. Danke. Fühlt ihr? Es fühlt sich gut an, etwas zu geben. Du hast recht, Snow Bunny. Dieser Ort hier ist wirklich magisch. Und weil ihr so großzügig zueinander wart, hab ich noch eine letzte Überraschung für euch. Hey, wir haben viel Chaos hinterlassen. Ich frag mich, wer das aufräumt. Jetzt, wo du's sagst, ich hab noch eine Überraschung für euch. Wir räumen auf. Wenn du ein gut mein zu sagen... Es ist für dich. Es ist für dich. Wicke dich heiraten, wicke dich.